Hallo zusammen, Matthias hier von Fotografieren lernen. Ich habe heute ein paar coole Tipps für euch, wie ihr es schafft, mit eurer Fotografie Geld zu verdienen. Und zwar ist es irrelevant, ob es jetzt darum geht, davon leben zu können oder ob ihr einfach nur, was ich, ein paar Euro nebenher machen wollt, weil es eigentlich ein Hobby von euch ist, ihr gerne fotografiert und einfach einen Weg sucht, neue Ausrüstung zu finanzieren beispielsweise oder sagt, hey, das ist ein Hobby, aber ich fotografiere so viel, es wäre doch eigentlich toll, wenn ich dafür auch ein klein bisschen Geld bekäme, dass ich es nicht umsonst mache. Und mein erster Gedanke, meine erste Idee ist, sich selbst als Fotograf zu verkaufen. Jetzt gibt es natürlich Fotografiebereiche, bei denen das Ganze einfacher ist und Fotografiebereiche, bei denen das deutlich schwieriger ist. Beispielsweise ist es als Portraitfotograf relativ einfach, an Kunden ranzukommen. Also jeder wird sich, glaube ich, vor eine Kamera stellen. Spätestens wenn es um Passbilder oder Bewerbungsbilder geht, geht es relativ schnell und einfach. Der Nachteil an der Sache ist allerdings auch, wer mal Passbilder fotografiert hat oder wer mal bei einem Passbildfotografen war, das ist eigentlich nur, bitte hinstellen, wir machen ein Foto, es kommt da ausgedruckt raus, tschüss, der Nächste. Dafür kriegt man auch irgendwie 10 Euro und das war's. Also das ist nicht wirklich so, als würde man davon leben können, beziehungsweise es ist auch kein wirklich erfüllender Job. Das ist einfach nur Massenverarbeitung. Man kommt sich vor wie ein Fließband. Das ist einfach nichts. Ich kriege auch öfters mal Anfragen, hey, ich weiß nicht genau, es ist Sonntagmittag und ich brauche schnell ein Passbild für Montag. Warum auch immer man so schnell ein Passfoto braucht. Auf jeden Fall, ich kriege öfters mal solche Anfragen, die ich definitiv ablehne, weil es einfach nichts ist, was ich gerne machen würde. Und es wirkt immer ein bisschen komisch, wenn man das nicht in einem Fotostudio macht. Denn die wenigstens Fotografen haben direkt von Anfang an ein professionelles Fotostudio, also auch eins, wo man vielleicht Kunden mit hinbringen kann, das nicht irgendwie im Wohnzimmer steht. Und wenn man das halt nicht hat, ist es ein klein bisschen schwierig. Deswegen vielleicht weniger Passbildfotografie. Doch überleg doch mal, Porträts, Hochzeiten, sowas in die Richtung ist eine tolle Möglichkeit, sich selbst als Fotograf zu etablieren und sich selbst als Fotograf auch kreativ zu entfalten. Die Hochzeitsfotografie hat mir im ersten Jahr als Hochzeitsfotograf 8.000 Euro einfach nebenher eingebracht. Es war eine Riesenarbeit. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr da wirklich Geld verdienen wollt und das auch wirklich anständig machen wollt, dann braucht ihr dafür Zeit. Das ist nicht einfach so mal schnell rausgehen und drei Fotos machen, sondern es kann auch wirklich anstrengend sein. Und je mehr man eben erreichen möchte, umso mehr Zeit muss man auch investieren. Ich werde hierzu mal noch ein detaillierteres Video machen, wie man wirklich mit Kunden umgeht, wie man auf Kunden eingeht, wie man solche Shootings wirklich plant und durchführt. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, sonst spreng ich das Video hier komplett zeitlich. Das ist Wahnsinn. Ja, aber es geht auch noch weiter. Ihr könnt auch auf Events fotografieren beispielsweise. Es gibt gerade so Partyfotografen oder sowas, die sind fast immer gesucht und die, naja, wenn man einigermaßen gut mit der Kamera umgehen kann und ein bisschen Erfahrung hat, dann ist man dann auch relativ schnell da drin und kriegt regelmäßig Aufträge. Da gibt es, ich glaube, irgendwie Visual Nights oder wie die alle heißen, die suchen wirklich festangestellte Fotografen, manchmal 450 Euro Basis, manchmal Teilzeit oder sowas in die Richtung, dass man das eben auch neben einem Beruf machen kann. Die Partys sind meist am Wochenende, dass es zeitlich mit einem Hauptberuf zu vereinbaren wäre. Ich habe über das Thema auch schon nachgedacht. Das Problem allerdings ist, dass ihr die Bilder meist an dem Abend noch oder morgens direkt liefern müsst. Das heißt, ihr habt einen relativ hohen Stress, gerade wenn es darum geht, die Bilder möglichst schnell zu bearbeiten und die möglichst schnell rauszuschicken. Und naja, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch nicht jedem seins, mit einer teuren Kamera über den Partys zu laufen und betrunkene Leute zu fotografieren. Ich weiß nicht, wäre nicht meins gewesen. Ich hätte das Thema auch schon mal nachgedacht, aber es ist aber aus diesem Grund verworfen. Gut, aber es geht noch weiter. Wir haben die Sportfotografie, die eigentlich ähnlich ist, weil die Berichterstattung natürlich auch schnell Bilder haben möchte. Hier habe ich auch schon Storys gehört, dass Fotografen während dem Fotografieren schon Bilder bearbeitet haben. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Aber offensichtlich schon. Aber ihr könnt auch eine ganz andere Richtung einschlagen, wie beispielsweise Landschaftsfotografie oder Architektur. Denn hier werden natürlich auch Fotografen gesucht. Überlegt euch mal, Reisemagazine brauchen Bilder. Irgendwelche Makler brauchen Fotos. Wenn ich mir anschaue, was in der Gegend hier... Gut, momentan ist es vielleicht ein bisschen schwierig, im Wohnungsmarkt sich zu etablieren, weil einfach die Nachfrage extrem hoch ist und man quasi einfach nur eine Wohnung irgendwo reinstellen muss und dann hat man schon 100 Interessenten, fast egal, wie sie aussieht. Doch das mag sich irgendwann ändern. Ich weiß nicht, wann du das Video anschaust. Professionelle Bilder von Wohnungen, die vielleicht auch in einer höheren Preisklasse liegen, die verkaufen sich deutlich besser, als wenn einfach mal die Maklerin durchgeht und mal schnell drei Bilder mit dem Handy macht oder sowas. Das wirkt einfach professioneller und man ist als Kunde im Übrigen auch bereit, einen höheren Preis zu akzeptieren. Also falls mal irgendeinem Makler hier zuschaut, aus welchem Grund auch immer, professionelle Bilder werten das eigene Produkt definitiv auf. Okay, doch vielleicht bist du einfach nicht der Typ, der rausgehen möchte und möchte sich selbst verkaufen und auf Stundenbasis für irgendwelche Leute arbeiten oder sowas. Du möchtest es vielleicht einfach nur als Hobby machen. Du möchtest einfach fotografieren, was du willst. Ohne jetzt irgendwie 20 Wohnungen heute für den Makler zu fotografieren oder morgen auf eine Hochzeit gehen zu müssen, obwohl man Hochzeiten eigentlich gar nicht mag. Denn der zweite Tipp, den ich habe, ist, verkaufe deine Bilder. Nicht dich selbst als Fotograf in Auftragsarbeiten, sondern einfach die Fotos, die du zum Beispiel schon hast. Je nachdem, was das für Bilder sind, in welche Richtung die gehen und natürlich wie die auch, ich sage mal, qualitativ sind. Nicht von wegen gut oder schlecht, aber haben wir sie eine hohe Reichweite? Ist das eher was, was der Allgemeinheit gefällt oder hast du eine spezielle Nische? Das sind alles Faktoren, die beispielsweise in die Stockfotografie fallen beziehungsweise auch in, ja, wenn man die Bilder als Drucke oder als Kalender oder als Bücher verkauft. Ich gebe genug Fotografen, wenn ihr mal schaut, die gehen auf eine Reise, was ich, reisen vier Wochen durch Afrika und verkaufen dann danach die Bildbände von all den Fotos und von der Geschichte und von der Story, die sie dort erlebt haben. Und das funktioniert. Vielleicht nicht bei jedem Fotografen, aber das ist auch eine Möglichkeit, wie man mit der Fotografie Geld verdienen kann. Und, ja, oder eben auch Leinwände von wunderschönen Landschaften oder Kalender, sowas ist immer eine Möglichkeit, wie das funktioniert. Man kann das relativ klein halten, man kann es aber auch riesengroß aufziehen und wirklich sagen, was ich bringe, meine Fotos in Buchläden oder sowas. Ist nicht ganz einfach, aber wäre definitiv möglich. Einen Tipp habe ich noch, und zwar Tipp Nummer drei. Und Tipp Nummer drei ist eigentlich das, was ich gerade mache. Denn Fotografie unterrichten. Fotografie unterrichten gibt es in unterschiedlichen Formen. Man kann das entweder in, naja, das weiß ich jetzt hier, über YouTube laufen lassen. Man kann eigene Videokurse erstellen. Man kann beispielsweise auch Workshops geben oder an irgendwelchen Hochschulen unterrichten. Alles Möglichkeiten, wie man Fotografie unterrichten kann, wie man seine eigenen Erfahrungen und sein eigenes Wissen, ja, eben Leuten beibringen kann, die vielleicht dastehen, wo ich vor vier Jahren stand oder wo du vor zwei Jahren standest oder sowas in die Richtung. Jeder fängt irgendwo an und es gibt eigentlich immer Fotografen, die schlechter sind als man selbst. Und bei mir hat das so angefangen, ich habe mir eigentlich immer gedacht, unterrichten ist nicht einfach. Ich weiß es. Aber es gibt so viele Leute, so viele Tutorials, so viele Trainer, die das einfach nicht richtig machen. Wo ich sage, das muss man doch besser machen können. Das ist doch nicht einfach so, ihr haltet doch keinen Vortrag auf einem Business-Kongress, sondern das ist Fotografie, da muss man doch ein bisschen Leidenschaft hinten dran stecken und das Ganze transportieren und die Leute auch mitreißen, dass die eben auch fotografieren. Und deswegen habe ich beispielsweise angefangen, das zu unterrichten, weil mir einfach die Videokurse und die Tutorials, die ich bisher so gesehen hatte, die meisten haben mir einfach nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, das geht doch einfach besser. Okay, ich habe dir heute drei Tipps gegeben, drei Wege aufgezeigt, wie du mit deiner Fotografie Geld verdienen könntest. Ob du das jetzt möchtest oder nicht, das ist jetzt eigentlich deine Entscheidung. Es gibt einfache Wege, auf einer Stockplattform ein paar Bilder draufstellen, das ist, wenn man sie mal schon fotografiert hat und wenn das was ist, was vielleicht viele Leute runterladen würden, relativ einfach. Man kann sich abends hinsetzen, das mal in Ruhe verschlagworten. Es ist nicht so was, dass man ein Bild hochlädt und das wird dann gleich 100.000 Mal gekauft oder so was. Denn meistens macht man eine relativ hohe Bandbreite, um möglichst viele Bilder hochzuladen, um auch möglichst viele Leute zu erreichen. Und da kann man auch wieder ein Video drüber machen, dass es, keine Ahnung, eine Stunde geht oder so was. Deswegen, ich habe dir heute drei Tipps gegeben. Es gibt einfache Wege, es gibt schwierigere Wege. Geld verdienen ist nie einfach. Es hat sich noch niemand irgendwo hingesetzt und ist über Nacht Millionär geworden, außer er hat vielleicht spontan im Lotto gewonnen. Aber auch die Leute, die spontan im Lotto gewinnen, sind sehr selten. Und ja, deswegen bin ich der Meinung, es gibt genug Wege, um sich selbst zu verwirklichen, um selber in der Fotografie erfolgreich zu sein und eigentlich mit dem Hobby, mit der Leidenschaft, mit dem, was man gerne machen möchte, auch hauptberuflich erfolgreich zu sein und davon zu leben. Bei mir funktioniert es, ich kenne viele andere, bei denen es ebenfalls funktioniert. Mich würde jetzt interessieren, was sind deine Erfahrungen? Hast du vielleicht Tipps oder Wege, die ich jetzt selber vielleicht noch nicht gesehen habe, die du vielleicht anderen mitteilen kannst, damit sie ebenfalls davon profitieren? Schreib sie gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Ich nehme jetzt noch ein Video auf zu dem Thema, wie ich als Fotograf mit Kunden umgehen sollte beziehungsweise an Kunden rankomme und das kommt am Mittwoch raus. Bis dahin könnt ihr gerne mal auf fotografieren-lernen.eu vorbeischauen. Da gibt es nämlich all meine Tutorials komplett kostenlos. Einfach mal vorbeischauen und wir sehen uns im nächsten Video.